Das Dr. Duve Drip Spa ist unsere neueste Errungenschaft in der Anti-Aging und Stressbehandlung. Die Wirkstoffe, die wichtig sind, um zum Beispiel unser Haut-, Haar-, Nagelwachstum zu stärken, wirken am effektivsten nicht, wie es im Moment modern ist, aufgenommen über die Nahrung oder in Form von Pillen, sondern direkt in die Blutbahn gebracht, wo bestimmte Defizite, Erkrankungen behandelt werden in Form von Infusionen. Die Defizite werden festgestellt zunächst in Form eines Gesprächs mit dem Patienten, der sogenannten Anamnese, und dann machen wir eine sehr intensive Diagnostik, Blutdiagnostik, wo zum Beispiel Hormondefizite, Schwächen im Immunsystem oder auch Abweichungen im normalen Blutbild festgestellt werden. Basierend darauf werden diese angesprochenen Infusionslösungen individuell für jeden Patienten hergestellt. Die Häufigkeit der Behandlungen hängt natürlich ab vom Ausmaß der Defizite, die behandelt werden sollen. Ein grober Richtwert sind sechs bis acht Behandlungen, wovon im günstigsten Fall minimum zwei Behandlungen pro Woche stattfinden sollten. Behandlungen Behandlungen Behandlungen